Hi, hier ist das Nachtolchen, heute mal außerhalb meiner Reihen von Entmacht.TV. Ich wollte euch einfach mal noch was anderes zeigen, mehr so im Bereich malen und zeichnen. Und zwar habe ich einen Schriftzug, einen bunten Schriftzug gemalt mit dem Wort Gewinnspiel. Hat den Hintergrund, dass ich ein Gewinnspiel vorbereitet habe und diesen Schriftzug dann eben mit dem Preis fotografieren wollte. Ja, und das habe ich mal für euch aufgezeichnet. Ich hätte den Schriftzug natürlich auch am PC machen können, wäre wahrscheinlich wesentlich schneller fertig gewesen. Aber ich wollte dem Ganzen eben auch noch eine persönliche Note geben, schließlich verlose ich was Handgemachtes. Und ja, ihr könnt natürlich auch bei dem Gewinnspiel mitmachen. Um zu gewinnen, gibt es ein Schweinepärchen, ein Glücksschweinchenpärchen. Ich habe die zwei Lucky und Piggy getauft. Die sind ganz süß und suchen ein neues Zuhause. Und ja, ich verlose die als Dankeschön für die vielen Klicks auf meinem Blog und meiner Facebook-Seite. Mehr Infos zu dem Gewinnspiel findet ihr dann auch auf meinem Blog www.nachträulchen-sims.de Ich verlinke das auch in meiner Infobox. Und ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück, wenn ihr mitmachen wollt. Und sage bis bald, liebe Grüße vom Nachträulchen.